Für das neue Welle-Auftakt-Rennen an der 1800-Meter-Marke. Das Feld formiert sich an der Außenseite Milord und Son of Jamaica, das die ersten beiden Kandidaten. Dahinter sehen wir Twain in dritter Position, an der Innenseite das weiße Dress von La Eos, ganz an der Innenseite dann die lila Farben von Scoville. Dahinter sehen wir Hernanda, Direktor, vor der Favoritin Kai Tania und am Ende des Feldes da galoppiert zunächst einmal Alberto Hawaii. So geht es auf das Ende der Gegenseite zu. Milord hat sich das Kommando inzwischen gesichert. Führt mit Adri de Vries mit gut anderthalb zwei Längen vor Son of Jamaica. An der Außenseite macht La Eos ein wenig Boden gut vor Twain, der setzt ebenfalls mit nach. Dahinter dann Scoville, vor Hernanda, Direktor, an der Innenseite Kai Tania und Alberto Hawaii und Josef Boyko am Ende des Feldes. Es geht in den Rastatterbogen nun hinein. Milord hat das Kommando mit Adri de Vries, führt vor La Eos und Andra Starker. An der Außenseite ist es dann Twain mit Tamara Hofer. Dahinter sehen wir an der Innenseite Son of Jamaica mit Steffi Hofer vor Scoville. Da hat Eugen Frank sich eben schon ein wenig klein gemacht. An der Außenseite Hernanda, Direktor mit Cohn Kleimens. Dahinter bekam die Favoritin Kai Tania eben schon einen Aufmunterer von Philipp Minarek und lässt sich schon gewaltig bitten. Es geht am Boxendorf vorbei, 700 Meter bis zum Ziel noch. Und die Favoritin ist unter schwerstem Druck dort von Philipp Minarek. Vorne marschiert zunächst einmal Milord weiter und der geht gut. Dahinter La Eos, Andra Starker macht sich ebenfalls klein. Außen Twain, dann Scoville, Son of Jamaica. Außen, Alberto Hawaii, Hainander, Direktor Kai Tania ist letzte. Milord Stiefeld an der Spitze weiter und hat sich erst mal frei gemacht. Auf drei, auf vier Längen. Milord, dahinter kämpfen sie alle für die Plätze. Milord Stiefeld weiter. An der Innenseite Scoville, der versucht nachzusetzen. Außen kommt jetzt Alberto Hawaii richtig auf Touren. Aber Milord 150 Meter vor der Linie hat die Weichen auf Sieg gestellt. Das sind immer noch drei, vier Längen. Dahinter Scoville und an der Außenseite Alberto Hawaii. Aber es gibt den Sieg hier für Milord. Der Gewinnstartziel mit Adrie de Vries. Dahinter ist Scoville vor Alberto Hawaii. Dann Son of Jamaica vor Kai Tania. Ja, Herr Nanda, Direktor Twain und La Eos. Hier sehen wir die letzten 100 Meter nochmal. Adrie de Vries hat das Startziel alles hervorragend eingeteilt. Für Milord Stiefeld dort souverän nach Hause. Scoville lief ein hervorragendes Rennen. Und auch Alberto Hawaii kam da mit tollem Speed noch auf den dritten Platz. Ja, der vorläufige Einlauf für das erste Rennen des heutigen Tages, dem Neue-Welle-Auftakt-Rennen. Es gewinnt die sechs, Milord mit Adrie de Vries. Zweiter war die drei, Scoville mit Eugen Frank. Und auf dem dritten Platz dann die fünf, Alberto Hawaii mit Josef Boiko. Sechs, drei, fünf. Der vorläufige Einlauf im ersten Rennen des heutigen Tages. Der vorläufige Einlauf im ersten Rennen des heutigen Tages.